hallo und herzlich willkommen zu warwies day und das ist der tag an den ich meine kriegsspiele spiele wie zum beispiel world of warplans, world of warship, world of tanks oder steel ocean wie jetzt so dann werde ich mal mein achter würfel nehmen und wir füllen eine 6 1 2 3 4 5 6 deutsche helgoland starten wir mal gleich schauen wie lange es dauert wenn es zu lange dauert dann werde ich gegen bots spielen oder spiele ich jetzt schon gegen bots das sieht aus als ob das ein spiel gegen bots ist ich krieg keine eps warte mal starten los komm schon der nachteil bei steel ocean ist es sind wenig spieler alle spieler 2 nur zwei spieler es kann doch nicht wahr sein was soll ich mit zwei spieler machen was ist das das da auch ne oh nein hat mein spiel gefunden und dann habe ich drauf gedrückt wah ey das sind bots sind zwei spieler und rest alles bots da ja jyut ok ist das artillerie was ich habe ein artillerie geschoss weil meine Bom espionism hat gut ich glaube ich habe artillerie genommen nur zwei spieler die spielen ich und cc sd ff also war obwohl ich das spieler ein für sich eigentlich ein bisschen besser finde ich meine die ward of warship sind hier weniger spieler wir müssen zwölf stück zerstören weil dann ein 61er ping ein bisschen hoch aber wird schon wird beschossen und Musik Ich hab die Musik Jetzt hab die Das heißt und 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 wir können uns nicht eintreffen Nein, das kann nicht wahr sein Okay, nicht nur schießen Hurra Ich habe ihn getroffen Aber das bin ich abgezogen Muss ich vielleicht 1-2 drücken Komm, schneller Lad doch schneller nach Läuft mir das Da Anvisieren Der hat auch nicht so wenig abgezogen Ach, Melo Wir haben wieder 1-1 Hat irgendwie nichts gebracht Ich sehe 3-3 mittlerweile Mehr als erst die 12 Kills Und Und Gibt es ja 15 Pferde Und Wahnsinn hallo weiter nein auch die trainer wieder das war ja die ganze Zeit nur in Kreis oder was machen die da eigentlich Dinge Pieps mit anfassen ach ne 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 da steht 3 zu 4 für den Gegner oh yeah 4 zu 4 stehts 4 zu 4 stehts 4 zu 5 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 5 zu 5 5 zu 6 4 zu 5 4 zu 5 4 zu 6 4 zu 5 4 zu 5 6 6 5 5 4 5 Da ist heiguland. Was ist das? oh oh Wenn wir alle da so auf dem Flex sind, das ist doch sehr schön. Oh shit! Oh, die schießt auch nicht. Oh, ein Treffer. Oh yeah! Ich habe mich wieder getroffen. Los, komm schneller, schneller. Ja. Noch 30 Minuten. Wow. Wow. Ja. 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 Nei. Und der ist kaputt. Ja, jetzt war ich gesendet. So, das nächste... Nein! Das sind noch mehr, das war als ich dachte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Torpedo incoming! Evasive maneuver! Look out! Bolt head is taking some light damage. Inbound torpedo! Watch out! Ah haaa! We're taking off water! Inbound torpedo! Watch out! Oh! Oh! Ach Mensch, ich wollte noch einen killen. Na gut, halt nicht. Ich bin nicht einmal gestorben. So, das war heute der Tag. War Wednesday. Morgen kommt dann der Tag. Sports Tuesday. Tuesday. Sports Tuesday. Und da will ich ein Spiel spielen. Das habe ich mir jetzt gerade erst runtergeladen. Das ist ein Manager-Spiel. Ich habe da noch nichts gemacht. Ich habe es erst mal runtergeladen. Und wird es dann eigentlich morgen als erstes dann so spielen. Gut! Das war's für heute. Für euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao!